Bei mir ist Dennis Eilhoff, Ex-Torwart von Arminia Bielefeld und Ex-Torwart von Dynamo Dresden. Dennis, am Sonntag spielen deine beiden Ex-Vereine in Dresden gegeneinander. Arminia braucht unbedingt noch einen Sieg, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Was glaubst du, wie die Partie ausgeht? Für wen schlägt dein Herz? Ja, da gibt es für mich natürlich nur eine Antwort. Also für Arminia ist ganz klar. Ich denke, wenn sie es nochmal so auf den Platz bringen wie jetzt gegen Braunschweig, wo glaube ich kaum einer in Deutschland mit gerechnet hatte, dass sie überhaupt gewinnen, und dann auch noch 6-0, wenn sie das nochmal auf den Platz kriegen, dann haben sie natürlich super Chancen. Auch wenn in Dresden natürlich ein heißes Pflaster ist, ganz klar. Da werden auch 32.000 Wahnsinnige auf der Tribüne sitzen wahrscheinlich und stehen und deren Mannschaft auch anfeuern. Aber ich denke, mit so einer Leistung haben sie auf jeden Fall gute Chancen, auch dann direkt den Klassenerhalt zu schaffen. Und wenn Carsten Rump dann vielleicht vorm Spiel nochmal so eine Rede loslässt, wie jetzt vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig, kann eigentlich nichts schief gehen. Ihr seid damals zusammen zu Arminia Bielefeld gekommen. Hast du Carsten so wiedererkannt in dieser Ansprache oder warst du überrascht? Ja, ich kenne Rump jetzt schon seit über 20 Jahren. 96 sind wir zu Arminia gekommen. Und er war damals schon der Leader auf dem Platz, hat damals schon als Kapitän die Mannschaft immer nach vorne gepeitscht, hat da immer Gas gegeben. Und wenn man es so sieht, dann ist es auch absolut Carsten Rump. Also den erkennt man so auch wieder. Das ist nicht gespielt, weil er weiß, da läuft jetzt irgendwie eine Kamera mit oder so. Sondern der gibt Gas, das ist Leidenschaft, Herzblut für Arminia, für den Verein. Und da hat er versucht, die Mannschaft zu motivieren. Das hat er überragend geschafft, muss man ganz klar sagen im Endeffekt. Und wie gesagt, so kenne ich ihn. Und es würde mich freuen, wenn es dann am Sonntag nochmal so läuft. Ein anderer, mit dem du bei Dynamo Dresden zusammengespielt hast, der steht jetzt bei Arminia Bielefeld im Tor, Wolfgang Hesel. Er war nicht ganz frei von Kritik in dieser Saison. Jetzt hat er aber zweimal wieder gespielt und zweimal, wie ich finde, auch sehr souverän gehalten. Was für eine Erinnerung hast du an eure gemeinsame Zeit damals bei Dynamo, als ihr noch Konkurrenten wart? Ja, ich habe ihn direkt als er kam, er wurde ja nachverpflichtet in der Saison, habe ich ihn direkt als sehr starken Konkurrenten wahrgenommen. Direkt in den ersten Trainingseinheiten habe ich gesehen, das wird für mich richtig schwer, mich dazu behaupten. Und unterm Strich hat er mich dann auch im Tor zu Recht abgelöst. Der hat überragende Trainingsleistung damals schon gebracht. Die Spiele hat er auch so weiter fortgesetzt, wie er trainiert hat. Und deswegen hat der Trainer ihn damals ins Tor gestellt und muss auch ganz klar sagen, dass das zu Recht so war. Wirst du am Sonntag bei der Partie live dabei sein? Auf jeden Fall. Also das planen wir schon seit, ich glaube, im September, Oktober letzten Jahres haben wir das Hotel da gebucht, meine Familie und ich, und freuen uns auf das Spiel seit Wochen. Jetzt in der Konstellation natürlich umso mehr. Drücken natürlich für Amina die Daumen, dass das dann auch klappt. Und ja, wir vier, also meine Frau, meine Kinder und ich werden dann da sein und Amina unterstützen. Und nach den Vorkommnissen, die jetzt in Karlsruhe passiert sind mit den Ausschreitungen, auch der Dynamo-Fans, hast du dann da gar keine Angst, auch vor allem mit deiner Familie dann ins Stadion zu gehen? Da muss ich ganz klar sagen, also in Dresden war es immer so, dass wir uns immer sehr sicher gefühlt haben. Da gab es, wenn wir vom Parkplatz Richtung Stadion gegangen sind, nie irgendwelche Ausschreitungen oder Anfeindungen seitens der Dresdner Fans. Also wir haben uns absolut sicher gefühlt und so wird es mit Sicherheit auch am Sonntag wieder sein. Du schulst gerade im Prinzip um vom Fußballprofi zum Polizisten, bist auf dem Weg Kommissar zu werden. Schaut man jetzt so als angehender Kommissar etwas anders auf das, was dann da passiert ist in Karlsruhe? Oder ist das im Prinzip keine Veränderung zu früher? Ja, also man guckt schon ein gewisses Maß anders nochmal drauf. Also ich bin damals aber auch schon als Fußballprofi, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir ins Stadion reingefahren sind, habe ich auch mal aus dem Fenster geguckt und habe da die Polizisten stehen sehen und habe geguckt, was sie da so machen. Jetzt heute bei solchen Fanausschreitungen, natürlich guckt man da nochmal anders drauf. Also ich habe jetzt gerade auch eine Bachelorarbeit geschrieben oder bin gerade noch dabei, wo es auch um dieses Sicherheitsgefühl der Fans geht und Fanausschreitungen und sowas spielt natürlich da auch wieder rein, wie es die Dresdner Fans jetzt in Karlsruhe da abgezogen haben. Und natürlich guckt man da, wie sich die Kollegen da verhalten oder was sie da machen. Und da hat man mit Sicherheit jetzt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Du hast im Rahmen der Bachelorarbeit ja auch eine Umfrage gestartet. Wie ist die Resonanz ausgefallen und wie bist du insgesamt zufrieden? Ja, die Resonanz war überragend. Also da haben 5.337, glaube ich, insgesamt den Fragebogen beantwortet. Deswegen nochmal vielen Dank an alle Arminia-Fans, die da auch mitgemacht haben. Das waren über 2.000. Da bin ich wirklich sehr froh drum, habe da aus meiner Sicht sehr gute Ergebnisse erzielen können. Und ja, die steckt jetzt so in der Endphase, die Bachelorarbeit. In zwei Wochen ist Abgabetermin. Und wie gesagt, dank der Arminia-Fans bin ich da auch auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Darf ich dir als letztes noch einen Tipp abbringen für das Spiel am Sonntag? Aus meiner Sicht gewinnt Arminia. Und zwar, ja, 6-0 ist ein bisschen übertrieben, aber ich würde auf ein 2-0 für Arminia tippen. Dankeschön. Bitte.